So, ich freue mich, dass ihr alle so zahmreich zu unserer Hütte wieder gekommen seid, in jedem Jahr. Ich muss auch den Petrus heute mal danken. Der Wetterbrich hat seit Tagen ja für gestern, heute und morgen eigentlich schauriges Wetter angesagt. Aber bis jetzt war es ja ein Traum. Und die Temperaturen sind angenehm. So, ich komme gerade von der Tour. Wir haben über Webersburg eine Tour gemacht, die hat ein bisschen länger gedauert. Da hat pünktlich viel zugeholfen, das hat auch geklappt mit unseren Wanderführern. Anstrengen, entschlüsseln, Würstchen. Ich wünsche allen guten Appetit. Ich freue mich natürlich auf die Veranstaltung, unsere Wanderfreunde aus Tullauf. Der Gerd hat jetzt einen anderen Termin zusammen im Händerkoll. Deshalb muss da mit Bier, die wird da noch ein Baddack besagen. Die sprechen nicht ganz so laut als ich, also ein bisschen leiser gleich. Okay, unsere Haare an Wanderfreunden habe ich da hinten auf der Bank auch schon entdeckt. Ich begrüße Sie auch, die sind jenes, der da. Und natürlich alle Gäste aus Nah und Fern. Ich freue mich immer, dass ihr kommt. Auch wenn der Gerd so ein bisschen sagt, die Wanderer waren ein bisschen schwach heute Morgen besetzt. Aber das kann sich ja noch ändern im nächsten Jahr. Also ich wünsche allen viel Spaß, gutes Gelingen. Ziebendor und tanzt mit uns, das macht viel Spaß. Ziebendor und tanzt mit uns, Ziebendor und tanzt mit uns, Mensch, das macht viel Spaß. Ziebendor und tanzt mit uns, das macht viel Spaß. Ziebendor und tanzt mit uns, das macht viel Spaß. Ziebendor und tanzt mit uns, die trainiert Auto. Ich war gesund. Und versucht es noch alles frei. Ziebendor und tanzt mit uns, die happyioni. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem.